Hallöschön Leute und Willkommen zurück zu Let's Play, denn es ist der Twilight Princess HD, im Let's Part haben wir endlich den letzten Tempel, den vorletzten Tempel erreicht, Kumulam und haben uns hier mit der Kul-Nurals hochgeschossen und ihr wisst Tempel-Action heißt ein neuer Gast und es heißt wieder der Hardcore-Mode wieder angeschaltet und unser Gast ist heute kein Anreiz, liebe Tem, hallo Tem, hallo, hallo, was geht, hi, 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 Challenge. Ah, ja, stimmt, oh mein Gott, okay, du machst dir immer, du machst dir immer mit, oh Gott, oh, 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 oh wir spielen sie erinnern um die ist nur vielleicht gewöhnt von mir 15 wasserbomben alter mit das heftig ich erwarte nicht auch kein in du kennst du kannst du sowieso alles viel besser als ich warte um aber mehr nur vom fahrzeihloss ist so ein kürzemberg die ist so ist es normal Prozent meistens ist immer so ich ich kenne Schwerken sich auf das ich hab's zweimal glaube ich durchgespielt aber ich kann mich an nichts erinnern dann hast du es so oft durchgespielt wie ich ja öfters habe ich Twilight Princess auch nicht durchgespielt da fehlte mir irgendwie immer wieder der Nerv zu ja muss man auch nicht Twilight Princess ist zwar cool aber diese Dinger diese Dinger aber nicht das stimmt oh das tut mir so leid wo du schon einmal extra hier bist ich habe keine Ahnung wie ich sie gesprochen habe aber bist du doch nicht hier um die Stadt anzusehen ich mache mir natürlich Sorgen um die Ansehnung kann ich möglichst tätig rumzusehen ja ja auf die Erde zurückwaben kann ich nicht leider nicht weil ich scheiße bin bla bla gut wenn du nicht weißt wie die Mandy spricht ist eigentlich glaube ich ziemlich scheißegal weil ich meine das ist ein Huhn das ist ein keine Ahnung Chicken wie bitte Gesundheit männlich Sternchen Sternchen weiblich äh äh Sternchen Sternchen äh warte da hat sie gar nicht sie hat gerade komische Zeichen mit männlich und weiblich verbunden das äh ja ne ich brauch nichts ich bin gut genug ausgerüstet hoff ich meine äschte zule blaues Elixier hahaha nice sollte reichen wenn nicht dann ähm ja und das ist das ist das doof an HD du hast nur an manchen Stellen das Inventar komplett voll weil die Tante nicht immer da ist ja das das regt mich so auf anstatt ich weiß anstatt dir irgendwie noch ne Flasche dazu geändert hätten na wow auch its very windy you should better be prepared scheiß wie der kann der Spektik alter es hat mich einfach gesnackt ist das ich einfach so hat kein link um noch erst mal normale Pfeile Komma es kommt wieder der Koffe in Bord alles klar nur einst er hat das 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 war alles so der Vorführeffekt das war ja klar du wolltest es beim dritten mal treffen damit es cool ist genau und so ne Filmszene in Wirklichkeit so ich hab nur drei Pfeile zur Verfügung oh mein Gott und der letzte trifft haha genau da da aber ich mag den Tempel Kumula ich mag den voll gern wie wir jetzt auch gesagt bekommen wo wir sind ja und in diesem Tempel gibt es nur zwei Geisterseelen okay und da ist ein Ei ist es da bestimmt what the fuck ein Ei in der Luft warum nicht easy wieso ist das schon wieder so ein alter Mann eine eins zwei ja ein paar mehr drei vier wir brauchen auf jeden Fall unseren schönen Greifer ich wollte keine Erklärung haben ich muss einfach wieder voll hier reinkommen haha ja voll lange nicht mehr gezockt warte das müssen ne link zu dumm dafür ich liebe den Greifer in diesem Spiel ich weiß nicht wieso das ist voll cool pui nein nein hier tschüss uuuh aua der hat dich weggekickt neiiiin lol oh sie äh lol ja wahrscheinlich natürlich ja klar du willst mich auch klar ich komm einfach wieder zurück sie kommt aber auch immer genau zu mir Alter du Pischer boah das würde mich voll amcreepen fuck what wie unlucky war das what the fuck Alter wie viel was das waren drei Herzen jetzt what alles klar wie viel Schaden macht denn das normalerweise 1,5 1,5 1,5 Herzen oder so würde ich jetzt mal schätzen keine Ahnung ne gar nicht ich glaub normal 1 ja runterfallen macht 1 normal macht 1 2 ok ich verstehe schon das Spiel nein vor allem wenn man das einfach mal vergleicht in Skyward Sword kriegst du gar keinen Schaden wenn du runterfällst es wäre uns Skyward Sword auch ein bisschen gemein na gut oh jetzt kann ich gar keine Riesenwärbelattacke mehr machen oh hi oh alter was oh das war ein One-Hit muss man denn hier nochmal hin ich hab keine Erinnerung ich weiß nicht mehr genau wohin ähm hier gibt es ja so ein paar Wege geh einfach mal oben durch ich mach Kugel kaputt um zu sehen krieg ich Scherzen krieg ich Scherzen krieg ich Scherzen ja das mach ich auch immer automatisch ich spiel ja im Hero Mode oh da war ja was hey du weißt mal nicht wo es lang geht ich bin ich bin proud ähm ja das ist auch interessant Vogel ich flicke in die Wand ja ach ne hier ist auch nicht das ist die Physik die Physik ne ja ah das Bird got some moves das Bird die Physik die Physik holy Nippels die Physik ja da sind auch schon Nippels so warte 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 Bitch du willst meine Nippels sehen vergiss es da da der Punkt boah nee geh weg geh weg nee das ist nicht feierlich das ist nicht feierlich no weiter nee 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 lass mir das lieber yep kriegt man hier nicht sogar das geilste Item doch man kriegt hier das geilste ich liebe das Alter ist so geil ohne Scheiß ähm oh hi tschüss tschwaff tschwaff Kombo-Breaker scheiße oh feiler aber da oben konnte ich mich hochhaken für was für mich ah Geld für ein bisschen Geld warum nicht wie viel kannst du tragen ähm 2000 2000 glaub ich oder was doch mal die Geldbörse ja 2000 okay ähm wir brauchen unseren wir machen jetzt erstmal ein bisschen Bayblade Action ich spiel's Bayblade Klop bayblade bayblade let her dreh Drehen! Dreh! Spin the shit out of this shit! Spin! Ja! Ja! Fast! Ja! Oh! Da hinten! Ja! By the way, die erste ist die erste TPHD-Aufnahme mit Gas, die auf 1080p wirklich aufgenommen wird. Echt? Jaja, weil ich sonst mit Fraps aufgenommen habe und mit Fraps kann ich nicht im Fullscreen aufnehmen. Oh, echt nicht? Nein, da ruckelt mir Fraps weg. Ah, wir brauchen da drüben einen Schlüssel. Okay, wir kommen nicht weiter. We need... Ja, wir haben ja noch eine Kiste im Hauptraum. Äh, ne, ne, ne Tür. Ne Kiste sag ich schon. Ja. Da war ja noch eine Tür einfach geradeaus, man. Gott, du, 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 du. Tönen sehen auch richtig krass aus, wie so future-mäßig irgendwie. Ich finde das allgemein wieder voll clean. Ich meine diese Texturen. Sie sehen sau hübsch aus im HD-Remake. Ja. Zwar hätte man das alles noch ein bisschen aufhübschen können, aber es sieht hübsch genug aus. Finde ich. Ich finde auch, ja. Recht vollkommen. Ja. Ähm. Du musst ein bisschen näher ran, denke ich. Ähm, Moment. Finde ich voll die Säugel. Ja, am besten von da oben. Hey, Birdie. Ja, oder so. Ja, oder so. Fass mich nicht an, Bitch. Moment mal. Da, da, da ist ein Loch. Geben wir erstmal durchs Loch. Miau. Puh. Ah, lol. Wow, ich dachte gerade, ich würde irgendwie runterfallen. Boah, Alter, das wäre nochmal vier ersten Schaden. Yep. Lol. Haben wir jetzt die Tür ignoriert? Alles klar. Hä? Okay. Diese Item-einsortierei. Wo ist der Gleiter schon wieder? Ach, da. Der Gleiter? Du meinst den, den Kaiser? Dem, ja, dem, dem Beyblade. Einfach immer wieder. Boah, das soll nicht so lange. Ja. Du brauchst ja auch gar nicht wirklich smashen. Du musst nur den Takt drücken. Aber guck den Link an. Ins, 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 ins. So Anseln-mäßig. Haha, genau. Oh, fuck. Oh, fuck. Langsam wird Serious Business hier. Oh, shit. Wir haben noch... Wie viel hast du noch? Okay, Alter. Es war schon wieder vier. Die Hälfte ist schon mehr als die Hälfte weg. Und wir haben... Fünf Minuten aufgenommen. Oder so. Warte mal, guck mal. Zehn. Okay, zehn. Ist ja noch ganz vergriffen. Oh, oh, hier kommt Wind. Ist ja... Ey, das hat jetzt schon auch Green of Time Niveau. Blum, 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 blum. Blum, 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 blum. Stimmt, 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 ja. Es hat ja schon auch Green of Time Niveau hier. Nein! Bitch! Wind, ich bin zu schwer für dich. Komm. Komm. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen an Try for Zeroes. An Try for Zeroes? Was meinst du daraus? Mit dem Wind. Ach so, ja. Ja. Gestern. Ja. 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 Weiter geht's. Ja. Direkt weiterlaufen, ja. So, wo sind wir jetzt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind da Propeller auf dem Boden. Immer diese Spannung, wenn die Kamera erst hinter link gehen muss, damit du siehst, wo du bist. Da ist auf jeden Fall ne Truhe. Da spiech da rup... Ja, kann man. Okay. Okay. Go, go. Zap! Ich denke, das ist entweder der Karte oder so. Aua. Ne, ein kleiner Schlüssel. Ein Schlüssel. Ja, ist auch gut. Damn, damn, damn Holz. Das sieht so geil aus. Ich liebe Holz. Na, jeder der mich kennt weiß, ich liebe Holz. Nice. Aber jetzt soll ich wissen, was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Jetzt müsste das so einkrachten oder so. Nothing happens. Ah, da unten kannst du doch gar nicht lang. Okay. Doch, da war aber grad so ein Anteilteil. So ein Anteilteil? So ein Anteilteil. So ein Anteilteil, wo du so anteilen kannst. Ja, aber ich glaube, wir brauchen das Dungeon-Item. Ja, stimmt. Stimmt, klar. Ja. Deswegen können wir da nicht lang. Außer, ich will nochmal vier Herzen verlieren. Hahaha. Nochmal vier Herzen! Dann bist du aber ein richtiger Herzloser, Alter. Sowieso. Oh, oh, ich hab Angst vor dem Wind. Wind, 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 geleite uns gespinnt. Äh. Okay. Ähm. Okay. Ich bin nicht durch die Tür gegangen. Hä? Oh! Hi! Ah, okay. Pfff. We're there! Die Szene können... Alter. Wir sind hier nicht in Dragon Ball, ja? Du musst dich alles kaputt machen. Wir sind auch nicht in Wind Waker, wo ein komischer Vogel über eine Brücke fliegt. Das stimmt. Link zu Sorsis an Vision. Also, ja. Wir sind in keinem Anime. Wir sind auch nicht in Wind Waker, ja? Und vor allem macht er die Brücke auch noch kaputt, ja? Denn Wind Waker kannst du wenigstens heilen lassen. Hahaha. Das stimmt! Wie auch immer er das geschafft hat. Ich mein, die Greifer gehen doch da so... Egal. Damn logic. Ja. Bap! Wow, Alter. Ich hab ja sowas immer richtig Angst. Wie er da so runterhängt, so... Ja. Wieso nee? Nee, das sag ich nicht. Hahaha. Flitz! Tim Plox! Nein! Nicht Plox! Nicht Plox? Was heißt Plox? Ich hab keine Ahnung. Ist das... Nee, keine Ahnung. Fällt mir jetzt wirklich kein schlechter Witz zu ein. Ähm, ähm, ähm. Ähm. Mir jetzt auch nicht. Blox... Blox Main ist Fox und... Ach. Keine Ahnung. Nee, das ist... Das ist zu niedriges Niveau. Hahaha. Oh, das ist der... Schmarrn? Nein! Don't touch me! zt! Tut du! Tut du! Tut du! Tut du! K! Kann touch des! Jaman! Horbino, höchstens. Geld! Ich wollte gerade runter springen. Oh! Haha. Ich hätte dich gefeiert. Ähm... Dahin. Ja, am besten erst mal... Oh! Du musst, du musst, ne? Bitch, ich hab auch meinen Enterhaken, ja? Ja? Hast du keine Chance gegen... der hätte jetzt einfach auch so wegfliegen müssen, damit wir irgendwie so mitgezogen wurden. Nein! Tschüss! Voll brutal! Alter, der arme Dude. Ja, wir sind hier voll die brutal aus. Oh, das könnte knifflig werden. Hui! Ich lauf doch nicht. Ich mach hier den sicken Move. Oh oh, nein! Nein, wir gehen durch die Tür. Auf Wiedersehen. War nett, dich kennengelernt zu haben. Danke, tschüss! Das ist ne Kiste. Ich würd zur Kiste gehen. Scheiß auf die, nimm die Kiste. Sehr gut. Ah! Er ist doch voll gegenrollt. Aaaaaaaaaaah! Du hast das Ding! Ah, du hast eine Dungeon-Karte! Geil. Jetzt können wir auch gucken, wie groß dieser Dungeon ist. Es sind einige Stockwerke. Ja, Leute, ne? Und da sieht man das auch nochmals, zwei Geister-Seelen. Das seht halt alles auch auf dem Gamepad drauf. Weil ich hab's halt so die Karte angezeigt, nicht die Items. Warum soll ich die Items anzeigen lassen? Ja, Leute, willkommen zurück zu Twilight Princess. Hier seht ihr richtig geil die Karte. Viel Spaß! Ich geh mir jetzt nen Kaffee machen. Viel Spaß! Ciao! Ähm... 10 out of 10 let's play, Alter! Ja, Link! Zieh die, zieh die... Dinger! Steh für an! Ähm... Best of IGN would do again, Alter! Ich überlege gerade! Oh! 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 Die Pisser! Die Pisser! Die Pisser! Ich wurde getrollt! Ja! Drei Herzen! Hier, guck mal! Oh! Einmal die blaue Suppe! Ja! Ich kann's gar nicht sehen, ich hab grad Standbild, aber vielleicht legt sich das gleich wieder. Wenn nicht, übertrage ich neue. Jetzt hab ich Greyscreen. Okay, dann wissen wir, dann denkt ich Skype wieder so, äh, ich bin Skype. Es muss echt noch ein bestes Programm geben für Bildschirmültragungen. Ja, also momentan geht echt irgendwie nicht so. Das siehst du wieder alles? Ja! Alles klar! Ho! Oh! Nein! Nein, Kies! Hey! Ich bin ne Bodenbleide! Hey! 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 springen gehen er hat er kälte in skype naja ich hoffe er und hat sich auch konnte es gut keine übertragen wurden das geht ja nicht das war untergefallen so um ich wollte gerade springen bin gerade gesprungen und dann kam gerade der wind und das ist so du wirst hier rüber nie der jahre schön bleiben ja der linker man sich der wind ja ich sage das ist es nicht so hat er als er es war so knapp man das war echt knapp so ganz geschafft ich bin glücklich was geht denn lo was geht denn dudes er kommt springt er kommt springt oh 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 das ist ich dachte dass wir so ein springen haben wir gemacht bist du dir sicher dass du mich mit mir anlegen was hier in den hintern ich bin glücklich ja komm springt springt komm trau dich trau dich dann halt nicht dann komm ich halt zack 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 voll brutal alter long live the king boots oh nein tanten da 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 ähm noch mehr von denen wo sind die ach so da oben da oben mh eh es wird hoch ja wieso tue ich es wieso tue ich es ich weiß es nicht und jetzt jetzt kannst du mit dem wind keine ahnung ich nehme so ein chicken mit wind los chicken ja ja das ist wie Augen wo ist es wo ist es denn ähm jo boah alter ist so für creepy gerade springt das ding mir einfach entgegen hallo alter wie so eine assi spinne ja ich hab's schon wieder getan was hast du getan Krüge zerstört ach so ja da da wind ich hab doch Euro gecastet oh leih grayscreen ja moment wenn ich die gleichen grey gasm alter moment ich flieg zu kurz rüber hui kein ding alter du kannst auch ich kann auch so kommentieren jetzt sehen wir link ähm wow so leute ich würde sagen wir werden jetzt hier den pfad überziehen ok also dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder aber wenn es wieder heißt 2er prisons hd also dann bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.